So und damit herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead und ich muss das Mikrofon hier noch ein bisschen weiter runter machen, so in etwa. Und wir sind wieder hier und ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Also ich habe es jetzt wahrscheinlich hinbekommen mit dieser Kilo-Bit-Anzahl, dass es nicht mehr ruckeln sollte. Aber ich habe das Spiel jetzt gestartet gerade, habe weitergespielt, noch meinen normalen Spielstand geladen. Und auf einmal stand da, Create Random Stories for Skipped Episodes. Also es ist anscheinend nichts gespeichert worden. Obwohl ich letztes Mal ganz normal nach dem Speichern gequittet habe, aber anscheinend meint das Spiel so, nö, speichere ich nicht und gut. Aber egal. Wenigstens habe ich das mit dem Leggen hinbekommen, schätze ich mal. Also bis jetzt ist es noch nichts, ich habe es einfach jetzt auf eine andere Festplatte geschrieben. Und ja, ich werde jetzt einfach die Episode zu Ende spielen. Und jedes Mal, wenn ich aufnehme, spiele ich einfach eine Episode durch und dann sollte das eigentlich nicht mehr vorkommen, damit er das nicht speichert oder so. Da gucke ich dann mal. Aber ist ja auch egal. Das Stückchen können wir hier jetzt noch spielen. Das war ja noch nicht so viel, letzte Folge. Hm, hier ist noch die Wasserflasche. Sieht nicht öffnet. Ich nehme das zu Kaja, für Doc. Ein Karten, wo der Train geht. Ich denke, diese Träume könnten zum Kost. Route 27, Savannah. Das ist, wo Kenny hat uns gelegt. Genau, die Karte. Und das hatten wir ja das letztes Mal schon gesehen. Deswegen liefern das erstmal ab. Machen wir jetzt einfach mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Äh, so. Wir haben das in der Boxcar. Wow, ist das wie es sieht? Ich denke, so. Diese Träume führen direkt zur Savannah. Genau. Genau. Hier, ich habe etwas Wasser. Oh, danke. Perfekt. Er ist allergisch zu B's. Ist das richtig? Das ist alles, was ich noch nicht mehr überden kann. Ja, das ist. Ich weiß. Ich weiß nicht. Aber du bist sicher. Das stimmt. Das ist alles, was ich noch nicht überden kann. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Na ja gut. Das stimmt. War das du? Nicht das wieder. War das? Nein! Okay, dann. Ah, fuck. Jetzt wollte ich... Ich wollte nur mit Ben sprechen. Du, äh, glücklich, dass du mit uns all diese Zeit bleibst? Ja. Ja. Wirklich? Es ist mit euch, oder? Ich würde mich in den Häusern sterben. Ich würde mich in den Häusern sterben. Ich würde mich in den Häusern sterben. Du denkst, dass das besser ist? Ja, natürlich. Was hast du mit Lilly getanzt? Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe nie gesehen, dass jemand jemand so jemanden wie das. Ja, du gesehen hast ein paar andere Sachen. Ja, aber nicht so. Hm. Ich kann ihn da runter. So, gehen wir hier nochmal runter. Wie ist das? Das hatten wir ja letztes Mal... Wieso? 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 Ich verste... Ich verstehe das nicht. Wieso der... Wieso der das nicht, äh... Wieso der da zu lange zum Codieren braucht? Ich habe es gerade gesehen, vielleicht war es er vorher schon mal, aber ich glaube nicht. Ich... Ich raffe das nicht. Shit. Broken. There's gotta be a better way to do this. Also irgendwas ist da falsch. Naja, wir gehen mal nach vorne. Also, wieso... Wieso ruckelt das denn so? Ja, wir sind schon wieder stehen geblieben. Also... Ich mache hier mal einen kurzen Cut und gucke mal, was da los ist, okay? Äh... Ich mache hier mal einen kurzen Cut und gucke mal, was los ist, okay? Äh... Bis gleich. So, hallo Leute. Und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Und ich habe jetzt mal was umgestellt im Aufnahmeprogramm und gucken... Ich gucke jetzt mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Shit. Wir haben einen. Walker. Sitting in der Tür. Wir haben einen. Walker. Sitting in der Tür. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja. Wernher... Ich glaube nicht, dass dieser Mann zurückgekehrt ist. Gott. Die Lichter ist blinkend. Pushen! Pushen? Warum nicht? Are you fucking serious? Hier, schau. Es ist nur die Bremse. Okay, ich gebe dir das. Der Mann funktioniert? Sieht so. Ich werde verdammt. Wie geht es? Ich weiß nicht. Das ist Herr Amtrak hier. Keine Ahnung. Wir schauen uns mal. Vielleicht geht es wo wir wollen. Ben, wenn du dich auf die Mädchen und Duck würdest, würde ich es empfehlen. Ich werde diese Kontrollen nicht verstehen. Mann, das könnte genau das wir brauchen. Pik Chic Chic ﷺ shedding. Jetzt ruckt das Spiel,… Ich krieg… … Ich krieg ein, also… Es ist eine absolute Fail-Folge. Wirklich. Jetzt ruckt das ganze Spiel… … Einfach… Kurzer Cut hier nochmal. Moment. So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ich habe jetzt nochmal was umgestellt und jetzt gucke ich nochmal, ob es läuft. Ähm, also normalerweise, ich weiß nicht, ähm, was das ist. Ja, das müssen wir dann mal hier rausbringen, das faulige Essen. Hm. Jesus! Too loud. Kids might like those. I thought those things were designed to save lives. Oh, hey. Hm. This door's gonna hurt. No way. Okay, you aren't gonna like this. Was zur... Ähm. Was hätte ich jetzt machen sollen? Jetzt braucht der schon wieder zu lange zum Codieren. Also, das ist die absolute Fail-Folge heute. Das tut mir auch leid. Aber, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ähm, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Tja, gehen wir mal zurück. Haben wir hier sonst noch was? It's in pretty good shape for her, right? Hm. Also, wenn es jetzt nicht besser wird, dann, äh, muss ich mir erst mal was ein... Es wird nicht besser. Okay. Sag doch einfach was. Ähm, ich muss mir mal was einfallen lassen. Die Folge wird jetzt mal ein bisschen kürzer, glaube ich. Muss ich ja sowieso alles zusammenschneiden. Ähm, ich muss jetzt gucken, was da los ist und, ähm, ja. Guck dann in der nächsten Folge, ob ich, ob ich es bessern kann. Okay, bis dahin.